Okay, okay, warte. Also, mit wem würdest du schlafen? Hab ich doch gesagt, der. Das ist klar. Du bist fürs Bett, du siehst aus wie ein Fuckboy. Schlafen würde ich mit dir. Ich habe keine Energie. Uns will auch keiner. Was? Ja, ist echt so. Echt? Ja, wir betteln die Typen sogar an, aber keiner will uns. Der will dich. Wohin? Ins Bett. Ins Bett? Ja, ins Bett. Boah, schwere Entscheidung. Ja, ich würde euch beide nehmen. Du erinnerst mich an Michael Jackson. Ich habe Angst. Oh, oh, oh. Hallo, fuck it, wir sind verheiratet. Yo, Waguang, ich habe euch Jim City. Come on. Waguang. Come on. Come on, bleiben ruhig jetzt. Wir sind heute nicht in Köln. Wir sind heute wo? Wo sind wir? Wo sind wir, Jungs? Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf heute, ne? Ich wollte einmal nach Düsseldorf, mal abchecken, wie es ist hier. Wie die Leute ticken, wie die drauf sind. Ich bin gerade am Film. Geh gerade nicht. Oh, okay. Ja, ja. Bum, bum, bum. Ich. Wir sind gerade im Discord hier gesehen. Wir sind auch verrückte Menschen unterwegs. Und zwar haben wir heute was Geiles. Smash, marry or kill. Das heißt, wir fragen einige Frauen hier auf der Straße, wir würden die heiraten, ne, wir würden die smashen, wir würden die heiraten und wir würden die töten. So, wir haben einmal den Junior, komm mal rein kurz. Ja, was geht, Leute? Okay, Junior ist dabei. Wir haben auch eine, wir haben die beiden von Primetime. Primetime, also Chris ist gerade hinter der Kamera. Aber ey, du kannst mal rein, komm mal rein. So, das heißt, ungelungen, wir fragen die Girls und es wird immer einer fehlen. Das heißt, der ist Chris da, dann ist der 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 da wieder weg. Also ihr wisst, es wird immer geswitched, aber jeder weiß, hier wird mich, beri, aufsmech. Oh, man. Let's get up! Let's get up! Oh, man. Let's get up! So, what's your name? My name is Rain. Rain? I'm Bree. Bree Will, yeah. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Claire. Hallo. Ja, ist du? Claire. Okay, Claire, ah, sorry. Leyla. Shirin. Okay. Karina. Karina. Guck mal, die beiden Jungs, die machen immer so Filme, ne? Ja, was ist das? Der Frau, der sagst so, ja, die sieht gut aus. Der eine redet schon vor hinten. Ja, was lauerst du? Ja, ey, ey, egal, 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 kein Problem, egal. Ja, klar, 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 klar. Und zwar haben wir die Ersten, die haben die Leute, die, 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 die die Girls angesprochen, die können leider noch Französisch. Ich kann gar kein Französisch. Das heißt, die müssen uns übersetzen. Jetzt, Bruder, fang sie an, keine Ahnung, oui, oui, yeah. Okay, maintenant, tu peux dire, qui tu veux tuer ou qui tu veux marier ou qui tu veux beser? Äh, tuer. What? Du bist dead. Ja, du bist dead. Ey, shay. Okay, say te vits, say te vits. Bruder, weißt du ein bisschen warum? Ich kann ja Französisch, ich kann ja nicht mit dir reden. Das ist why, das ist why, das ist why. Also, ich würde dich töten. Hey, Bruder, warte, 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 warte. Lass mich weiter hin, lass mich weiter hin. Okay, ihn würde ich heiraten und dich hinzwerden. Ich würde dich heiraten. Oh, come on, come on. Okay, wie würdest du von dem als Rest, musst du ihn aussuchen? Umbringen? Nee, aber ich kann das nicht. Nee, nee, smash, grüß smash. Smash, married, kill. Oh, come on. Come on. Hey, hey, hey. I see you. Sieht aus wie erster Rocky ein bisschen. Echt? Deswegen will ich dich heiraten. Okay. Keine Ahnung. Kameramets will dich umbringen. Okay, aber von uns. Der macht dich mit. Dich will dich umbringen. Ich meine, das ist böse. Ich meine, das ist böse. Okay, okay. Okay, ich würde dich umbringen. Ja. Seid nicht verletzt. Seid nicht verletzt. Seid nicht verletzt. Okay. Ihr wisst schon, worum es geht. Fakt an. Okay, also umbringen würde ich dich. Schichten. Geht aus. Schlafen würde ich... Schlafen würde ich mit dir. Aber du bist ein racistist. Und ich will dich heiraten. Ja. Ich bleibe. Ich bleibe. Ich bleibe. Ich bleibe. Ich bleibe. Du sagst, weil er nicht französisch spricht. Das ist das? Nein. Du sagst, du sagst. Du sagst, du sagst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich habe es entschieden. Ja. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Nein. Ja. Du willst heiraten, Jus? Nein, nein. Ihr ist gerade sicher. Du musst... Ihr ist gerade sicher. Heu, nein. Hey, hey! Das ist meine Frau. Das ist meine Frau, jetzt kommen wir nach. Das ist deine Frau mehr. Nein, nein. Nein. Ich will nicht mehr... Nein, nein... Nein. Deine Frau kommt bei mir im Bett. Ich würde dich töten. Okay, danke. Du erinnerst mich an Michael Jackson. Ich habe Angst vor Michael Jackson. Ich habe Angst vor Michael Jackson. Genau. Ich habe Angst vor mir. Ich habe Angst vor mir. Okay, okay. Warum würde ich mich töten? Du kannst wieder re-coordinationen sein. Du kannst zurück nach Leben. Du kannst zurück nach mir. Oh, damn. Aber ich entscheide, wenn du entscheidest. Einer ist weg. Let's go. Boah, du gehst von nahe Hand an die Jungs. Ich bin nicht nah dran. Voll der aufdringliche. Jetzt wollen die mich ins schlechte Licht darstellen lassen. Nein, nein, nein. Ehrlich. Sag mir ehrlich jetzt. Weil ich mit deinem Mann jetzt, weißt du? Das ist das Ding. Sag mal so. Sie sind gar nicht süß. Töte einfach einen von denen. Ja, ja. Töte einfach einen von denen. Du musst einen von denen töten. Ey. Den würde ich nicht töten, ne? Den würde ich nehmen. Nehmen? Achso. Das dritte Mal also. Der soll sich nicht fühlen. Der soll mich nicht fühlen? Fühlen. Soll ich mich fühlen? Ja, wir haben bestimmt alle Mädels gesagt, die wollen nicht heiraten. Ah, das heißt extra. Ah, Psychologie. Guck mal, Leute. Ganz einfach. Okay. Schwierig zu entscheiden, ne? Ja. Umbringen, heiraten, schlafen. Mit dem kann man heiraten. Mit dem schlafen. Boah, die heiraten, den sie nicht umbringen. Was ist das? Aber die hat nicht geschmackt. Du hast nicht geschmackt. Das ist so. Sie wenden, du willst dich umbringen. Du bist fürs Bett, du siehst aus Fuckboy. Ey. 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 Was wollen die alle von mir? Was wollen die von mir alle, ja? Was soll die von dir? TIE, TIE, TIE! Okay, weiter, weiter. Hey Leute, wie ihr wisst, guck mal, ich bin nicht mal sauer, wie ich aus Frankreich bin. Ich kann kein Französisch, aber ich weiß, innen nicht, weil die drin, die wollen mich. Die wollen mich. Oder ist es wie ein Poké-Ping, wie ein Ping. Mit der Brunner zurück. Mit der Brunner zurück. Mit der Brunner zurück. Okay, so... Nummer 2. Nummer 2. Okay. Alright, alright, uh, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Okay, think about it. Just go! Okay. Uh, Smash Mary 2. Back! I'm back! I'm back! Bruna, geh, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Was soll ich denn sagen? Das heißt, du bist getötet? Und... Ey Bruna, was machst du da? Ey, du heiratest dich doch. Ja, ich heirate dich doch. Dann gehe ich ins Bett. Aber du weißt selber, ne? Bei mir ist es eh egal, weil ins Bett geht es eh herab. Weißt du, ich meine? Das ist das Ding. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Ich gehe feiern. Gehst du feiern? Ja. Wo denn? Hier vorne. Ja? Ja. Ja. Komm mit. Nee, dankeschön. Die weiß, Leute wollen mich heiraten. Und, äh, die sind alle beiden hässlich. Deswegen, aber Leute, kein Problem. Let's get apart. Sie will mich killen? Nein. Aber undercover will die mich heiraten. Ich weiß. Okay, 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 was denn? Du hast gehört. Guck mal. Deine Art auszutreten. Guck mal, dein Durack. Weißt du das? Guck mal, dein Durack. Das ist rot, ey. Guck mal, was ist das? Ey, Bruder. Das ist mein Drip. Das ist mein Drip. Warum verbringe? Weil ihr macht voll aggressiv. Ich? Warum das denn? Weiß ich nicht. Bist du drunk? Nein, ich kiffe nicht. Ich trinke noch. Warum nicht aggressiv aus? Weil du pink an. Rosa. Komm mal. Komm mal. So machst du. Ich schwör, du machst nicht alle Kollegen. Hallo. Ey, ey. Ehrlich, da sind nicht alle Kollegen gleich, ey. Hallo, ich bin alle Kollegen gleich. Okay. Chill. Die machen alles richtig. Die machen alles richtig. Das hast du nicht gesagt. Sie hat dich zuerst gesehen. Genau. Sie hat dich zuerst gesehen. Das ist alles, Bruder. Sie hat mich, weil ich um andere Seite bin. Bruder. Die Mädels nehmen mich zum Schlafen, weil sie wissen. Die Mädels nehmen dich zum Schlafen, weil die denken Bluff A$AP Rocky und so. Okay, warte mal. Ganz kurz zurück wieder zu ihr. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal. Das ist toll. Was das mein Mädels? Ich bin so arg. Ich bin so arg. Edi, ist fachet. Er ist fachet. Yes. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. So, das ist cool. Das ist cool. So. Das ist die erste Mal, dass er wurde. Killed. Ja, ja. Ja, ja. Aber ihr alle sind sehr attraktiv. Wir sind sehr attraktiv? Ja. Das ist toll. Das ist toll. Ja, ja. Achso. Jo, Leute. Wir haben Michael Jackson hier am Start. Bruder, ey. Egal. Machen wir diese Huh! 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 Bruder, ich hab's schon aneben gemacht. Hey! Was sagst du dazu? Ich find das gut, ja. Bis jetzt fühlen mich alle lieb und so. Perfekt. Okay. Guck mal, wie er auch aussieht, Alter. Das sieht richtig aus wie... Oh, ey. Sieht... Der ist auch wie ein Familienvater, Bruder. Deswegen wollen die den. Nein, nein, nein. Weiter so, weiter so. Wir chillten nett aus, wie ich eigentlich auch bin. Haben sie auch direkt erkannt? Ich finde das. Haben sie direkt erkannt? Ja? Ja. Aber guck mal. Kann vielleicht sein, ne? Ich bin zu hype. Wir sind zu hype. So weißt du, wir haben zu viel Energy. Ja, wir auch. Ja, 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 ja. Okay. Und den übrigens? Ja. Es tut mir sehr leid. Das ist egal. Ich muss dir nicht leid tun. 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 Alles gut. Ich bin verheiratet. Ich hab meine Frau. Bruder. Aber ich hab ein Kind. Das geht nicht. Ach so. Okay. Michael Jackson macht das schon. Neverland. Hast du Neverland? Noch nie hat mich Michael Jackson genannt. Aber heute schon. Heute schon. Ich seh nicht. Heute schon. Heute musst du annehmen, ja? Bruder, du musst ein Bild einblenden von Michael Jackson. Mach mal gleich. 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 Es sieht aus wie Trey Songz, aber nicht wie Michael Jackson. Ah, Trey Songz. Jetzt, jetzt, jetzt. Trey Songz? Part 4. Wie sehe ich aus? Du siehst aus wie Mario. 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 You shit. Kein Geschmack. Sehr kein Geschmack. Sehr kein Geschmack. Sie hat keinen Geschmack. Du hast keinen Geschmack. Du hast keinen Geschmack. Danke Schüßel-Meter. Schüßel-Meter. Danke Schüßel-Meter. Dankeschön. Ah, wow. Egal, egal. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Ah! Yo, welcome guys. Wir sind am Ende des Videos. Und wie ihr ihr gesehen habt, ist Düsseldorf auch immer crazy. Und ey, ich danke auf jeden Fall King Junior, dass er dabei gewesen ist. Und einmal Prime Time TV. Und ihr wisst, Teil 2 werdet ihr auf deren Kanal sehen. Und ja, Leute. Und Leute. Zeig sofort. Ja, es ist kalt. Wir sind hier draußen mitten in der Nacht. Um 2, 3 Uhr morgens. 5 für euch. Zeig sofort einfach. Zeig sofort. Ey, Leute. Es ist kalt. Meine Finger sind blau fast. Deswegen. Ich bin so krank. Boah. Ich bin schon krank, Bruder. Der ist schon krank. Aber ey, Leute. Guck mal. Hier. Ich wurde gekillt. Zu oft. Aber in deren Video wurde ich noch geheiratet. Komm, man. Rrrr. Kack. Yo, Mann. Yo, Mann. Vielen Dank.